Der Schlüssel zum Schutz vor Einbrechern kann schon eine gut verriegelte Haustür sein. Zum Tag des Einbruchschutzes hat die Polizei gestern in Ludwigsburg darüber informiert, dass auch einfache Mittel Einbrüche effektiv verhindern können. Die Infoveranstaltung war gleichzeitig der Auftakt für verstärkte Fahndungs- und Kontrollmaßnahmen der Polizei. Diese sollen es Einbrechern vor allem jetzt mit Beginn der dunklen Jahreszeit so schwer wie möglich machen.